So ihr Lieben, willkommen zu der nächsten Aufnahmesession, zu Annas Quest. Ich muss zugeben, es ist gerade der zweite Anlauf, denn ich bin hier eben, na 15 oder 20 Minuten bin ich hier eben rumgelaufen und habe wirklich gar nichts zustande gebracht, weil ich einfach nicht wusste, wie ich weiterkommen soll. Nun ist auch ein bisschen Zeit vergangen seit der letzten Session, dann ist man ja auch immer nicht mehr ganz so drin. Aber ich habe wirklich die ganze Zeit gar nichts Neues rausgekriegt, bis ich irgendwann in meiner Verzweiflung wieder angefangen habe, alles zu tun und bin dann auf die super Lösung gekommen, einfach mal mit dem Wirt zu sprechen und da kommen wir jetzt auch weiter. Ich wollte euch nur die Viertelstunde, die wir hier wirklich durchlaufen und irgendwie gar nichts machen, wollte ich euch ersparen. Deswegen machen wir jetzt hier weiter, wo ich weiß, wo es weitergeht. Ich hoffe, wir kommen auch danach noch weiter, denn wir können mit dem Wirt jetzt über den guten Gottfried sprechen. Das habe ich allerdings noch gar nicht getan. Also ich hoffe einfach, dass jetzt hier, weißt du, warum der Mann so traurig ist, dass das jetzt auch wirklich der Punkt ist, wo wir gleich weiterkommen. Tja, also Gil sieht aus, als könnte er nicht mehr so traurig sein, dass er nicht mehr so traurig ist, dass er nicht mehr so traurig ist, dass er nicht mehr so traurig ist. Können wir noch einen Drink vertragen? Warum? Ich biete einfach mal an. Ich bin nett. Okay. Dann eben nicht. Dann machen wir mal weiter. Ich hoffe, wir können jetzt auch wirklich mit ihm mehr sprechen, als dieses, dass wir ihn in Ruhe lassen sollen. Ah, ich habe das mit deinem Sohn gehört. Wir kommen weiter. Ach, der arme Kerl. Hänsel? Hänsel? Ach, Mensch, der arme Kerl. Ach, Mensch, das ist gut, aber du bist falsch. Es ist wahr, dass es viele Schmerzen gibt. Mehr als ich noch herausfühlen habe. Und sogar die Hübschung von der Farm nicht hilft mir. Aber das ist, dass es gut ist, auch. Viele Schmerzen gibt. Und, und... Ich werde es Ihnen verbessern. Ich werde deinen Sohn finden, Herr. Ich versuche. Na, 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 wer kriegen das schon hin? Weißt du denn irgendwas über die Mühle? Warum hast du ihn dort verlassen? Meine Wälder, sie... sie hat nicht selbst gewesen. Wir waren starb. Und hast du ihn dort verlassen? Ich weiß, dass ich das falsch gemacht habe. Ich bin nicht stolz. Ich bin ein Fuss. Ich weiß es jetzt, mehr als jemand. Ich will ihn zurück. Ich will Dinge richtig machen. Was gut ist es, doch? Der Schmerz wird seinen Weg in diesem witzigen Welt. Du wirst sehen. Ich habe das Gefühl, dass wir ihm die Chance geben können, es wieder gut zu machen. Wohnt da vielleicht die Hexe, die auch unser Buch hat, das wir zurückhaben müssen? Das wäre natürlich ein bisschen praktisch. Nee, mit dem brauchen wir grad nicht reden. So. Ah. Quatsch. Die haben alle ziemlich die gleiche Art und Weise am Leib. Nein! Ja, das ist sie. Und da ist unser Buch. Aber ich, ich möchte gar nichts essen. Ah, okay. Wir können uns erstmal umgucken. Das ist richtig. Das ist richtig. Einfach nehmen können wir es wahrscheinlich nicht. Ich will aber nicht. Hm. Jetzt können wir was anderes machen. Ja, okay. Da ist immer so ein grüner Schein drum rum. Dann setze ich mich jetzt halt hin. Warum habe ich das Gefühl, dass wir das bereuen werden? Ähm. Jetzt will ich mich hier erst recht nicht hinsetzen. Jetzt will ich mich hier erst recht nicht hinsetzen. Was war das? Ähm. Was war das? Ahmad mit ganz sicher? mimhe und bleib отнош? Absonne zu Bund. Er ist Quatsch. Ja. Du hast zwei. Hu hearts. Wاش! Ähm. Ich glaube, wir haben Hänsel gefunden. Oh Gott, der ist schon durch. Nein, jetzt bin ich ja hier. Wie geht's dir, Hänsel? Ich glaube, bei dem Anblick erübrigt sich die Frage. Als ich ins Haus reinkam, da hat es so gerumpelt. Irgendwelche Ausbruchspläne, ich glaube, das bleibt an uns. Ich fang mal hier oben an. Wie bist du wirklich, Hänsel? Bist du dir okay in hier? Wir werden e-e-eaten. Warum würde ich okay mit dem? Ich versuche nur, dich zu besuchen. Ein bisschen. Ein bisschen nicht so gut. Aber ich werde uns rauskommen. Oh? Ja? Well, zu sagen, dass du das Typ neben mir bist. Na ja, gut. Dein Papa macht sich große Sorgen um dich, weißt du? Äh, nee. Sie hat recht. Oh, okay. Okay. Irgendwelche Ausbruchspläne. Ich vermute nicht, aber man kann ja mal fragen. Okay, dann schaue ich mich mal um. Den Stützpfeiler. Hm. Was haben wir hier denn noch? Oh ja, ich weiß ja nicht. Gut, das war klar. Okay. Und hier hinten... Das ist ein Hammer. Ja, aber... Vielleicht. Immerhin ist der Hammer hier. Was war das? Das war... Sorcery. Blackmagic. Du bist eine Witch. Ein Hexe? Junge, wir wollen dich hier rausbringen. Jetzt... Ne? Telekinesis? Wait. You don't mean... You're from the woods in the west? Woods in the west? Well... Hmm. I knew it. I knew it. You and your grandpa. Bitte? You have a family with telekinesis. It must be you. Wait. I don't understand. He doesn't know me telekinesis. I think you have me mistaken, Hansel. I'm pretty sure I don't. Your grandpa. He was famous. I read a book about him. He helped people from all over. He... He used his telekinesis for all k-k-kinds of good deeds. He's like a hero. Don't you know? Nein, das ist uns neu. Ja, du hältst mich gerade ab. Oh, oh, ja. Als du es mal hättest sehen können, hattest du die Äuglein zu. Das will, Käfigtür. Können wir jetzt ansonsten mit dem... Hammer hier gegenschwerden? Wunderschön. Okay, da sind Schlüssel runtergefallen. Okay. Ja, das weiß ich. Ach, hier? Hä? Aber wenn hier da... Ach so, das Ding hier. Ich wollte eben die Glühbirne eigentlich haben, aber... Okay. Das kriegen wir ja hin. Okay, das ist ja schon mal etwas, aber... Ich wüsste nicht, wozu. Ich meine, ich habe auch nicht daran gedacht, dass die Schlüssel auf der Falltür liegen könnten und wir die so runterlassen können. Was ja aber auch doof wäre, weil das kriegt die Hexe doch mit. Die ist doch nicht doof. Hier ist noch... Ach so, ist die Luke nach außen. Aber ich glaube, hier können wir zur Zeit sowieso nicht viel anstellen. Was mit dem gemahlen wurde, möchte ich glaube ich eigentlich gar nicht wissen. Das kann ich durchaus verstehen. So, der Vollständigkeit halber gucken wir uns die jetzt auch nochmal an. Vielleicht gibt das ja noch irgendwie eine nützliche Info. Können wir denn nochmal... Wir haben den Hammer nicht mehr. Na toll. Und wir sollten unseren Drachen vielleicht auch mal wieder füttern, ne? Damit es wieder ein feuriger Drache ist. Ja, die Wäscheleine haben wir auch noch. Vielleicht... Können wir ja mit der Wäscheleine hier den Mechanismus wieder reparieren. Aber ich wüsste gerade nicht wozu. No, I don't need to mess with that anymore. Hm. Hm. If I managed to get this tied to part of the mechanism, then maybe, maybe I could have a pulley system. Use the clothesline to pull open the trap door. Right now it's kind of unnecessary though. From here I can just use telekinesis to open the trap door. Hey, ich denke das geht nicht. 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 Vielen Dank.